Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge der EWE Baskets Auszeit. Wir stehen kurz vor der Abfahrt nach Tübingen und wir haben uns mit Adam Chub unterhalten. Warum sitzen Sie so lange im Bus? Nein, es ist nicht so schlecht. Wir haben Mattressen, die wir auf dem Boden legen können. So können Sie sich auf den Boden legen und nicht sitzen. Aber nach und nach und nach und nach, das ist das wichtigste Teil. Welcher Film sehen Sie heute? Ich habe den Hunger Games, der neueste Film. Ich habe die Bücher gesehen, aber ich habe auch die Filme gesehen. Ich möchte diesen Film sehen. Okay, um, you will face Tübingen on the weekend. They are third last in the Biko BBL. What can we expect from this game? It's gonna be a hard game. They play at home. It's always hard to play there. And, you know, they're fighting to stay from relegation. So it's gonna be a tough game. Okay. Now, another big event this year is the top four in Oldenburg. You're a top four veteran, we can say that. What are your impressions from the top four in Oldenburg, and especially from the first game against Bonn? The top four is always fun. It's actually gonna be really nice to have home court advantage. You know, to be able to stay at home and do your regular home routine. It'll be very familiar. I think this will help us a lot. And Bonn, I mean, is always a tough game, home and away. So the game's gonna be difficult, but it's nice that we have, we get to play at home. Okay, so have a good ride, Adam, and good luck in Tübingen. Alright, thanks. Stay around us. I need to stay healthy, too good luck. I'm glad the men are going home. I'm standing at home too. We're gonna be able to assist. ?" Yes, give a lot of our friends dialogue. In that residence we need to stay home and have a closer look. Daumen und damit die Punkte auch noch wieder nach Oldenburg zurückkommen. Bis dann, ciao!